Nicht hauen! Lass das! Lass das! Ich find das toll! Einfach mal die Gegner gegen die Bäume schlagen, dann geht das schon. Yeah! Yeah! Und Schwanzhieb! Hihi! Das reicht dann jetzt auch, ne? Ach, da kommen immer wieder welche raus, oder? Aua! Ja, das ist ein Turm, aus dem die Gegner immer wieder rauskommen! Hatte ich den Ball jetzt nicht geholt? Ey, wieso machst du das? Lass das... Jetzt lass mich doch mal den Ball hier holen. Ich mag Schneebälle. Warte, warte, warte! Äh! Magst du auch Schneebälle? Nein, 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 warte! So, ich wollte alle auf einmal treffen. Jetzt ist es aber mal gut hier! Aber der Turm ist jetzt kaputt, ne? Das Katapult geht nicht nochmal runter. Dankeschön! Ich find's nämlich nicht so geil, einfach mal zu sterben durch einen mickrigen Blitzschlag. Und zwar völlig. Das hat mir ja die ganze Leiste leer gezogen. Hallo? Ach, guck mal. Äh, warte. Genau. Das möchte ich mal machen. Ah, jetzt seh ich, wie das läuft. Habt ihr den kleinen gelben Balken direkt neben dem Symbol gesehen? Der hat sich gefüllt. Ach so funktioniert das. Nochmal. So erkenne ich also, was hier aufgewertet wird. Okay. Es wurde wahrscheinlich schon 30.000 Mal in die Kommentare geschrieben. Das tut mir leid. Und ich gehe hier runter. Hallo. Oh, es ist wieder so dunkel. Mach mal ein bisschen... Warte. Ah, mach mal ein bisschen Licht hier. Oh. Sehr schön. Aber ich glaube, ich bleib bei Elektro. Genau da. Hallo. Oh, so schön. So schön. Oh. Oh. Hi. Hi. Geht's euch? Nicht. Lass das. Nicht hauen. Nicht hauen. Seid lieb zu mir. Ah, hi. Dich hab ich doch gesehen. Psst. Nein, 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 nein. Nicht hauen. Nicht hauen. Nicht hauen. Ja. Auf damit. Aua. Oh. Ah, ha, ha, ha. Hallo. Du bist nicht sehr nett. Psst. Ich würde mir gleich gerne etwas Energie holen. Und zwar jetzt. So, her damit. Dankeschön. Wo bist du? Wie der immer trifft. Egal, wie sehr ich ihn verprügele. So. Jetzt ist er aber down. Da. Uh. Uh. Nein, nicht zwei davon. Oh. Oh, nö. Es ist aber mal gut. Man kann es auch übertreiben. Weißt du was? Komm. L2. Kann ich noch nicht. Okay, dann mache ich das halt mit Feuer. L2. Bam. Ihr Arschköpfe. Ich meine, ihr seid die Kälte wahrscheinlich gewohnt. Da ist es doch eh sinnvoller. Ich habe kaum noch Energie. Da ist es doch eh sinnvoller, mit Feuer anzugreifen, oder? Ich brauche erst mal Energie. Warte. Lauf mir doch nicht hinterher. Moment. Ich muss mich doch erst mal... Ach, Mann. Lass das. Ich hasse diese Viecher. Warte mal. Warte. Warte. Ich... Moment. Ich möchte gerne... Die sind aber auch schnell. Okay, der eine ist fast down. Hetscha. Hetscha. Warte, warte, warte. Ich brauche Energie. Wie viel Energie diese Viecher haben. Ich habe kaum noch Energie. Ich habe kaum noch Energie. Mana ist auch gleich leer. Lalalala. Okay, jetzt ist Mana leer. Mana, Mana. Ich gehe ja schon. Warte. Nicht. Ach, Spyro ist so lahmarschig. Nein. Nein. Ehrlich? Nein. Ich möchte es nicht... Okay. Ich brauche es nicht alles von vorne machen. Ich dachte schon. Das wäre jetzt echt mies gewesen, wenn alle Gegnerwellen nochmal gekommen wären. Wäre zwar sehr schwierig gewesen, was ja auch wieder irgendwie gut wäre, wegen Herausforderungen und so. Aber das wäre dann... Das wäre mir jetzt doch zu viel gewesen. Lass das. So. Jetzt... Boah. Boah. Hi. Natürlich. 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 Ich hasse euch. Ich will zu Voltier. Der soll mir die super mega special Attacke dieses Elementsanzeigen beibringen tun. Und Bäm. Und gleich weiter bashen. Mal die Sicht ein bisschen drehen. Hallo. Na, ihrs? Warte, ich will dir eine Kopfnuss... Aua. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich wollte gerade wegrennen. Scheiße. Ach, jetzt kann ich hier durch sogar. Aber ich will euch erst ein bisschen platt machen. Ein bisschen. Nur ein bisschen. Warte, lass mich erst springen. Lass mich doch mal springen. Ich will dir doch nichts Böses. Nein. Wie overpowered der ist. Und Spyro ist einfach zu lahmarschig, um wegzurennen. Uhu. Auch einfach mit einem Blitz immer drauf. Dann geht das schon. Wieso bin ich nicht gleich auf die Idee gekommen? So ist das doch einfach. So, her damit. Mann. Noch Lila. Dann hätte ich das hier aber, ja? Dankeschön. Was ein Stress. Hier rein kann ich nicht. Nö. Hallo. Hi. Lauf doch nicht weg. Hallo. Wieso läufst du denn weg? Habe ich auch verstanden. Nein. Nein. Ach, nein. Nein. Lauf weg. Lauf weg. Nein. Nein. Da. In die Fresse. Hehehe. Lass das. Ich will euch nur verkloppen. Nur verkloppen will ich euch. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen den Arsch versäulen. Was ich auch cool finde, wenn Spyro zuschlägt, dass je nachdem welches Element er gerade ausgewählt hat, die Schlagbewegungen deren Farbe ändern. Mache ich jetzt auf Feuer, sind die Schlagbewegungen rot. Mache ich auf Elektro, sind sie gelb. Das finde ich schön. Schönes Detail. Hi. Lauf doch. Hört ihr einfach auf zu laufen? Ich glaube es nicht. Ich glaube es hackt. Das wohl eher. So, den Topf einfach mal umgedreht. Macht ja nichts. Oh, ich bin tot. Ja. Wie schnell das geht, ja? Einfach alles durchfaschen. Bis das Mana leer ist. Oh, 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 oh. Warte. Die anderen, die anderen. Ich sterbe gleich. Oder auch nicht. Hör auf damit. Sei lieb. Sei lieb zu Mama Nudel. Ich mag dieses Element. Oh, du lebst ja noch. Hauptsache Sparks ist immer fein raus, ne? Sonst noch jemand. Leg dich nicht mit dem Drachen an. Nur mal gucken. Wir haben ja schon wieder einiges. Aber ich glaube, das hier haben wir noch überhaupt nicht aufgewertet. So. Reicht doch erstmal. Wollte nur mal testen. So, jetzt muss ich hier lang. Ich sehe nichts. Ah. Och, ich wollte gerade losrennen, ja? Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wehe, du läufst jetzt vor die Wand. Lauf doch, du Arsch. Bist du denn bescheuert? Hört der einfach auf zu laufen? Ach, das ist so ein schönes Spiel. Und ich bin hier nur am Rimm-Ragen. Wieso machst du das? Das sind doch deine Leute. Hat der uns jetzt geholfen? Huch. Wieso hat der uns... Na gut. Ups. Falscher Knopf. Wieso hast du uns geholfen? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Soll mir aber recht sein. Soll mir nur recht sein. Ach, ich finde das toll. Hi. Aber sag nicht, ihr kommt immer wieder, oder? Muss ich erst irgendwas kaputt machen? Huf. Hi. Ich gucke mich mal ein bisschen um dabei. So, weiter. Ne, ich muss die einfach platt machen. Weil es scheint mir manchmal so, als ob die wiederkommen würden. Aber ich glaube, ich glaube, da habe ich gerade nur einen am Apo. Huch. Ne, die kommen immer wieder. Das finde ich ja jetzt doof. Die werden neu runtergeworfen. Muss ich irgendwas zerstören? Ne, dann gehe ich jetzt. Tschüss. Oh, warte. Aber erst nehme ich den Kristall mit. Huch. Lasst mich. Ich gehe. Hier sind Vögel. Kann ich... Der ist einfach mal im Schnee gelandet. Und kam nie wieder raus. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Aua. Lass mich doch mal machen. Kabumm. Bist du doch bescheuert, bist du. Bist du jetzt kaputt? Ja. Ach nein. Och. Hätte ich den Schwallangriff mal gleich erst benutzt. Dann benutze ich halt wieder Elektro. So. So. Ach nö. Die machen mich fertig. Ihr macht mich so fertig. Das ist nicht mehr schön. Nein, 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 nein. Nein. Och, ich bin ja tot. Ganz schön schwierig, das Spiel. Wie laden. Mach doch einfach den Kampf nochmal. Pass auf, Ben. Nein, nicht so nochmal. Nein. Ach. Was macht ihr denn? Ach, die Türen sind zu. Das ist ja scheiße. Mein Schwallangriff ist natürlich weg. Das ist ja... Oh. Hauptsache, die Türen sind wieder zu, ey. Ach, der lebt noch. Immer schön auf die Anzeige achten. Mach mal die Tür auf. Mach mal auf. Hau mich nicht. Mach die Tür auf. Wie die immer noch nicht auf ist. Wie habe ich die denn gerade aufgemacht? Durch was? Ach, der lebt noch nicht. Also luft man auf Mache. Ja, das ist ja schon relativig. Wir freuen uns auf. , ich bin ja auch nie. Vielen Dank.